Den hast du gleich zu lesen. Malverbot, Berufsverbot, Essverbot, Trinkverbot. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Mich haben sie beauftragt, das Malverbot zu überwachen. Ich bin am nächsten dran. Die glauben, dass Malen gefährlich ist. Die glauben, dass ich gefährlich bin. Wir werden zusammenarbeiten, Sigi. Gegen uns beide. Da kommt keiner an. Wollen wir zusammen malen? Du sollst ihn beobachten, aber du darfst da nicht malen. Brauchbare Menschen müssen sich fügen, mein Junge. Aus dir machen wir was Brauchbares. Wo willst du hin? Du musstest deinem Vater sagen. Du hast dich vor ihm gezeigt. Angeboten hast du dich ihm. Du bleibst stehen. Kommst du wieder? Du musst ihm helfen! Wir werden ihn umbringen, ist euch klar. Er hat dir gezeigt, wie man Schmerzen hat. Max! Max! Ich tu nur meine Pflicht. Wenn sie dir befehlen, mich umzubringen, dann tust du das auch. Amen. Du musst mich auf das Nerven schieten, wenn das із Mais而已 sch НеVIDE das Ist. Du hast ihn happiest.